Alfred Kerr, Quallen Wie schön, wenn jemand möglichst weit an Mecklenburgs Meer entlang geht, weit weg von bewohnten Siedlungen und dort ins Wasser schreitet. Die Gewandung hat man zuvor abgeworfen, so dass beim Gehen der Körper die Salzluft atmet mit allen Poren. Verlassene Städte, meilenlanger Wald in Einsamkeit, schiebt sich bis an das Gestade. Wild ist nicht viel abgeschossen worden, darum flitzt plötzlich ein Hasentier dahin. Alle Augen blick eins. Manche beeilen sich gar nicht mehr. Sie wissen, dass Krieg ist. Das Pulver wird anderswo verbraucht. Einmal wird im Wald ein Eber sichtbar. Ungefährlich, denn niemand hat ihn angeschossen. Ist es der Gatte dieser schwarzen Sau mit den spaßhaft kleinen Ferkeln, die neulich über den Weg lief? Der Wind flattert in halbträger Gangart von Dänemark. Der Himmel ist lichtblau. Hier am Strand hat das Waldgrün eine stumpfe Färbung, als ob es mit Beize vom Spielzeugladen überzogen sei. Wieder ein Hase. Ohne Achtung zieht er seines Weges. Weiß er, dass unbegleitete Leute kein Schießgewehr haben? Er schwindet gemächlich, behaglich in Sanddeckung. Wenn man zwanzig Meter hineingegangen ist, steigt einem das Wasser kaum bis über die Knie. Keine Seele rings. Man guckt über die gekrauste Fläche, ob ein Wassermann, lieber eine Wasserfrau, in der Richtung von Norden her auftaucht. Nichts. Im Wald auch nichts, wo der Hase schwand. Seitwärts abermals keine Seele. Man sitzt in der Flut wie in einer Badewanne. Doch, da kommt etwas. Wunderbare Schale von Kristall mit Pfeilchenfarbenem Inhalt. Ist ein Schiff untergegangen? Ein nobles Schiff? Und die Geräte, worin man sich nach Tisch die Finger abspült, um dann einen etwas feucht an die Lippen zu führen, sind davon geschwommen? Ach, nein. Eine Qualle. Sechzig Quallen. Hundert Quallen. Anderthalb hundert kommen fast in einer Reihe an vom aufsteigenden Wind gelenkt. Noch nicht in dem trüben Zustand, wie sie manchmal halb zerfetzt am Ufer liegen, vom Gestein zerrissen, von Kieseln zerbeult, gefiertheilt. Nein, in ursprünglicher Herrlichkeit, im hohen Glanze des Mehrdaseins. So viel man packen kann, wirft man wieder zurück in die Flut, oder man trägt sie hinein an tiefe Stellen, damit sie nicht an den Strand geworfen verdursten, verkümmern, ersticken. Mit etlichen macht man sogenannte Intelligenzversuche, setzt sie ins Wasser an eine klare Stelle, lässt sie schwimmen, stellt ihrer Schwimmrichtung dann eine Hand entgegen, weicht sie aus, die Qualle, so ist sie intelligent, schwimmt sie auf die Hand los bis zur Berührung, so ist sie doof. Alle sind intelligent, weichen aus. Wer sie hält, aus dem Wasser gehoben hat, glaubt doch nur, ein lebloses Stück Glibberbibber zu haben. Wer sagt uns, dass ein Stein nicht ebenso belebt ist, dass wir vorläufig nur zu dumm sind, es zu erkennen, auch der Stein sieht unbelebt aus in meiner Hand und hat vielleicht Nervenstränge, ein Hirn, ja ein Herz, in seiner eigenen, mir verschlossenen Brust. Gleich viel, was an mir liegt, sollen die Quallen zurück in die See. Entweder sind sie schuldlos vom Wellengang hierher verschlagen, dann ist es nächsten Pflicht, sie zu retten. Oder es sind freche Biester, Pioniere, die sich vorgewagt, Grenzen ihrer Daseinswelt zu erforschen, in gefährlicher Polargegend einzudringen, dann verdienen sie doppelt gerettet zu werden, weil dem Mutigen anständige Behandlung werden muss. Von der Sandbank herunter trägt man wieder vierzig, fünfzig tiefer hinein in die Flut. Und jetzt, wo man ein gutes Werk vollbracht hat, aalt man sich im Wasser auf dem Rücken schwimmend. Weiter hinaus, manchmal wirft man sich auf die Brust und eugt, ob noch ein Meergeschöpf kam. Es kommt keins. Zwischendurch schwimmt und kriecht man ans Gestade, geht in den Wald, guckt Krähen nach, Möwen gibt es hier nicht viel, und überlässt es dem Wind, dem himmlischen Kind, den triefenden Leib zu trocknen. Nachher geht man wieder hinein ins Wasser. Man wünscht, alles dies möchte kein Ende nehmen. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.